Es ist wieder soweit. Die 51. Folge Megafon 95 der Fortuna Düsseldorf. Fancast ist da. Und ich bin natürlich der Mo, der Wammendribbler. Und an meiner Seite ist der Micha, der Schubenski 8. Guten Abend. Wir wollen natürlich sprechen über das Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Und natürlich über dieses grandiose Unentschieden gegen den FC Bayern. Wenn euch gefällt, was ihr hört, lasst gerne eine 5-Stelle-Attraktion auf iTunes da. Ihr könnt uns auch Feedback über den Twitter zukommen lassen. Da sind wir auch Megafon95. Natürlich geht das Ganze auch per E-Mail an projektmegafonpodcast.gb.com. Ihr findet uns auf YouTube und in jedem Podcatcher, den es so gibt. Natürlich haben wir auch eine Gruppe, Megafon95. Findet ihr unter unserem Facebook-Handle, Megafon95. Und dann könnt ihr mit uns diskutieren. Aber auch gerne Kritik, Lob, whatsoever. Reinschreiben. So, vor knapp zwei Wochen haben wir den letzten Podcast aufgezeichnet. Und das nehmen wir mal als Startpunkt. Denn fing war wieder fit. Und die Fortuna hatte einen 5-1-Erfolg gegen Baumberg. Natürlich mit Tyson, mit Gallen, mit Gül, mit Barkok, Nielsen, Ered. Also, da wurde wirklich durchgewechselt. Und ja, ich habe es nur reingeschrieben, weil man dann gesehen hat, dass man ein paar Leute aus der 2. hat spielen lassen. Dux hat drei Tore gemacht von den fünf. Ja, weiter geht es im Pokal dann gegen Schalke. Am 6.2. nächstes Jahr. Können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Hast du dich gefreut, als der FC Schalke gezogen wurde? Er ist halt ein attraktiver Gegner, ist auch ein schwerer Gegner. Natürlich wäre es besser, dann noch irgendwie welche aus der 2. Liga oder so zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wer da noch drin ist. Aber ja, das ist halt immer die Frage, will man einen attraktiven Gegner oder will man einen einfachen Gegner haben? Aber Schalke ist halt eigentlich schlagbar, wenn die Form entsprechend noch bleibt. Kommen wir gegen das Spiel gegen die Hertha aus Berlin. Kaminski kam für Eiharn, Bocek für Morales und Stöger für Dux. Das Ganze war halt ein 4-4-2. Die Seiten verlagerten sich in eine Fünferkette. Bocek ließ sich öfter mal fallen oder der Außenverteidiger oder der Außenspieler rückte dann halt in die Fünferkette. Das war sehr variabel, war aber dann am Ende des Tages doch ein bisschen zu statisch. Passierte eigentlich nicht viel. Aber irgendwie hat man es geschafft und man hat Berlin ausgetanzt. 4-1. Micha, wie kam das zustande, obwohl man eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel war? Obwohl man eigentlich ziemlich ausgeglichen war mit Berlin. Genau, eigentlich war es so ein Spiel wie eigentlich immer. Nach 15 Minuten hatte Duda eine richtig gute Torchance. Da hält der Rennesing mal die erste Chance. Also dann ist die erste Torchance mal nicht drin. Dann hat der Gegner mal eine unnötige gelb-rote Karte gekriegt, die meiner Meinung nach eine richtige gelb-rote Karte war, weil zweimal das gleiche. Und beim ersten Mal gab es schon Geld. Warum soll es dann beim zweiten Mal nicht die gelb-rote Karte geben? Ja, die Berliner haben sich am Ende des Tages so ein bisschen darüber aufgeregt. Ja, die hatten halt halb Angst. Das kennt man ja. Ja, dann war halt das Tor. Usami, der passt zu ihm. Der war einfach knallhart von halb links ab in den Winkel damit. Ja, das war halt der Usami, wie wir ihn kennen, einfach mal mit links, mit dem Vollspann, schön in den Winkel. Läuft. Läuft. Ja, es ist irgendwie komisch. Viele sagen, ja, der Usami, der ist unauffällig und der spielt eh scheiße auf links, der ist nicht kreativ, nicht schnell. Und jetzt ist er da und kriegt ihm mal den Pass, hat mal ein bisschen Platz, hat mal ein bisschen Zeit und knallt das Ding in den Winkel. Also unglaublich. Hennings schiebt nach der Vorlage von Zimmer ein. Das war dann der 63. Und bei dem Jubel irgendwie hat er mir mehr Power vermittelt, als er auf den Platz gebracht hat im letzten Jahr. Micha, woher kommt das? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, war das der Knot-Moment für ihn? Er hat ja auch jetzt im letzten Spiel wieder einen geilen Pass gezeigt. Ja, ich glaube, da stand er halt genau richtig. Und die Vorlage von Zimmermann, also wie das Tor herausgespielt wurde von Zimmer und Zimmermann und dann kommt der Pass perfekt und Hennings muss nur noch den Fuß reinhalten. Ja, sein erstes Tor aus dem Spiel heraus die Saison, beziehungsweise sein zweites allgemein, weil der erste war der Elfmeter. Ich glaube, der hat sich auch gefreut, dass er sein Bundesliga-Tor gemacht hat. Dass er auch mal aus dem Spiel heraus getroffen hat. Ist ja auch gut fürs Ego. Jetzt zieht der Rahmann seinen Schwert aus der Scheide, schreit, I got the power und macht dann aus dem 16er halt mit einem krassen Schuss das 3-1, bevor er dann in der 90 plus 2 einfach komplett was von Berlin noch übrig blieb, austanzte. Und dann zum 4-1. Ein Schob. Das sind, oder die letzten beiden Tore von Rahmann, das sind halt Tore, die macht man gefühlt auch nur, wenn man dann führt. Hättest 0-0 gestanden in der letzten oder Dings, dann klappt das halt. Dann hat man, glaube ich, nicht die Eier dazu, irgendwie den Gegner noch im 16er auszutanzen, sondern zieht einfach mal ab und schießt dann den Gegner an oder so. Es ist halt die Frage, ja, freuen wir uns oder nögeln wir uns? Klar, man hat wieder unnötiges Gegentor kassiert und man macht viel Dinge, deswegen ist das scheißegal, wo man eigentlich nicht dafür bekannt ist, viele Tore zu schießen. Ist jetzt der Knoten geplatzt? Wir gucken mal auf das Bayern-Spiel ein bisschen voraus, da haben wir auch drei Tore geschossen. Ist das dann jetzt die neue Fortuna, die offensiv spielt und Tore schießt? Oder waren es einfach beides Male Umstände, die uns präferiert haben? Ich sag mal so, man hatte ja immer die Torschonsen. Es gab, glaube ich, so zwei, drei Spiele in der Saison, wo man wirklich keine Torschonsen hatte und das waren dann so Spiele wie gegen Nürnberg zum Beispiel. Aber man hatte ja eigentlich immer die Torschonsen, Tore zu machen, aber man hat die Chonsen dann nicht genutzt und jetzt gegen Hertha und gegen Bayern hat man halt die 100 Prozent oder hat man halt mal die Chonsen, die man hatte, auch mal genutzt und dann geht dann halt mal ein Schuss von Rahmann im 16er, der dann irgendwie eigentlich haltbar ist, aber irgendwie schießt er dann den Torwart an und der Ballkollert dann trotzdem noch rein. Und es sind dann so Sachen, wenn es läuft, dann läuft es halt und aktuell läuft es und hoffentlich läuft es noch ein bisschen länger so. Klar, Ramon und Bocek haben auf jeden Fall das Prädikat Fortuna des Spiels. Könnt ihr mal retrospektiv reinhauen, wer für euch der Fortuna des Spiels war. Macht das gerne in die Kommentare, auch gerne bei uns in die Mega von 95 Gruppe auf Facebook oder halt über den Twitter geht das auch. Micha, jetzt war halt die Länderspielpause dazwischen. Wir haben eben das Spiel gegen Baumberg schon so ein bisschen vorgeschoben und angesprochen. Jetzt war, was in den Social Medias angeht, viele Turbulenzen vor dem Bayern-Spiel. Ja, wir ziehen den Bayern die Lederhosen aus und natürlich schlugen die Bayern-Fans dann zurück. Und wir haben ja selbst vor ein paar Wochen den einen geilen Bayern-Fan als Kommentar. Den habe ich ja schon wieder komplett vergessen. Den müsste ich ja jetzt eigentlich mal antworten, weil, als der in die Kommentare geschrieben hat, ja, Bayern haut Fortuna zweistellig weg. Ich glaube, ich suche mal seinen Kommentar raus und schreibe dann nur so, ja, was denn? So ungefähr. Ja, nächstes Jahr spielen wir Champions League. Jetzt kommt die Wende und Luki Bakio schießt die in diesem Spiel zehn Tore. Schön wäre es natürlich. Gucken wir mal, was die Zeit so bringt. Wir sind ohne Eihann, ohne Sobotka nach München gefahren. Fink kam für wenigstens die Partie. Eihann und Sobotka waren verletzt. Fink kam für Hennings in die Partie und es war halt ein 4-1, 4-1. Manchmal realtaktisch auch eher ein 5-4-1. Es war immer so ein bisschen Bozek, der Defensive, der sich in die Fünferkette fallen ist. Oder halt Stürger und Fink. Waren beide sehr offensiv, was so ein bisschen mich verwundert hat. Vor allem in der ersten Halbzeit, später in der zweiten Halbzeit, als die Bayern dann 3-1 führten, waren die auch eher defensiv und Fink war derjenige, der sich als zweiter Stürmer vorne reinbrachte. Micha, bevor wir jetzt einfach mal hier die Tore durchjagen und was so ein bisschen passiert ist, eine Anmerkung vor dem Spiel? Ja, mir hat halt gut gefallen, dass es kein glückliches 3-3 ist. Beziehungsweise, natürlich, Lewandowski hätte, glaube ich, alleine drei Tore machen können, aber wir hatten Glück, dass er seine Halbchancen, die er normalerweise macht, hat er nicht genutzt. Ja, Luke Bakio dafür schon. Da gebe ich dir vollkommen recht, Luke Bakio hatte 3-10, aber kommen wir erstmal zu dem Einzelnen von Bayern durch Süle. Der dreht sich da im 16er um, wie auf der Playstation irgendwie. Der Ball ist einfach da, du drückst Kreis und dann dreht der Computer sich irgendwie random um und macht ihn dann rein. Dann macht der Müller ein tolles Tore in der 20. Dann 44. Das war vielleicht so in der Kabine der Knacks für die Bayern, auch wenn das ein bisschen krass rüberkommt, um zu sagen, ja, Torech, Luke Bakio in der Allianz Arena ist ein Knacks für die Bayern, aber vom Mindset her war das so, die Bayern dominieren eigentlich die erste Halbzeit, zumindest das meiste. Fortun hat ein paar Chancen, die erste Viertelstunde war ein bisschen Chaos. Bayern haben dominiert, mehr Ballbesitz, mehr Pässe, mehr Stabilität, auch Passsicherheit, mehr gewonnenen Zweikämpfe und Spielbuchdominanz. Die hatten halt einfach so ein bisschen die breitere Brust und dann kommt der Pass auf Luke Bakio und 2-1. War zwar so ein bisschen gehampelt durch den Verrückzieher von John Zimmer, aber... Ja, das war halt, ich sag mal so, nach 20 Minuten lief es halt so, wie sich Bayern das denkt. Man führt nach 20 Minuten 2-0, macht dann bis zum Ende des Spiels macht man dann noch 2-3 Tore und dann läuft es. Aber irgendwie hat sich dann Fortuna gefangen. Ja, das war dann schön gemacht vom Zimmer, der geschickt wird, dann sich gegen Boateng so halb durchsetzt, aber irgendwie prallt der Ball dann ab, dann macht er den Fallrückzieher Boateng. Boateng ist gedanklich noch dabei, dem Schiri zu signalisieren, dass es auf gar keinen Fall Hand war von ihm und während er noch gedanklich woanders ist, hat Zimmer schon die Grätsche ausgepackt, um den Ball in die Mitte zu spielen. Ja, und da steht Luke Bakio 3 Meter vom Tor und die Chance lässt er sich halt nicht entgehen und ja, das hilft dann, es gibt dann nochmal einen Aufschwung, dass man sich denkt so, ja okay, man hat ein Tor gegen die Bayern gemacht, vielleicht geht ja noch was in der zweiten Halbzeit. Wir haben übrigens für mich gerade auf einen Fluch gebrochen, das letzte Mal, als wir zusammen Fußball geguckt haben. Im Fernsehen hast du gesagt, wir gucken das nie wieder zusammen, weil die Fortuna verliert nur, wenn wir zusammen gucken. Ja, das letzte Spiel, was wir zusammen geguckt haben, war das 7-1 gegen Frankfurt und als dann nach 20 Minuten 2-0 für Fortuna stand, oder 2-0 für Bayern stand, ja, dachte ich mir schon so, ja, das, da haben wir uns ja wieder schön zusammengesetzt bei einem schönen Spiel, aber ja, Fortuna hat, hat mal wieder überrascht dann. Ist halt wie die Zeit es bringt, vorher machte der Müller noch mit einem schönen Linksschuss das 3-1 und ja, dann kam halt Rahman für Sami, das brachte halt Tempo nach vorne, dann kam Karaman für Fink, nachdem der, ähm, einen schönen Flugaufball noch Azedina knapp neben das Tor setzt. So, dann sind wir in der 77. Minute und kommt da der lange Ball auf Lukabakio, ich hab grad gar nicht mehr im Kopf, wie den gespielt hat. Ich glaub Stürger, aber ich bin mir nicht sicher. Der, der Lukabakio läuft den Ball einfach, ähm, ich glaub, Boateng hätte ihn decken müssen, der dreht sich in die falsche Richtung. Und dann mussten wir erstmal den Video Assistant bemühen, ab in den Kölner Keller und dort wurde das Tor dann gegeben. Micha. Ja, das war eigentlich so ein Beispiel, wie der Videobeweis eigentlich laufen sollte. Ja, ohne Videobeweis wäre die Szene zurückgepfiffen worden, weil der Assistent dachte, es wäre abseits. Und deswegen, ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch ein Fan vom Videobeweis. Wir klären das nochmal kurz. Der Pass kommt auf Lukabakio, ähm, der Assistent vermutet abseits, lässt die Szene aber erstmal zu Ende spielen. Lukabakio entscheidet das dann mit einem Tor für sich. In dem Moment, nach dem Tor hebt er die Fahne, signalisiert, für mich war es abseits. Der Schiedrichter wartet dann einen kurzen Moment und das Tor erstmal zurück, checkt den Kölner Kellerkindern und dann Köln sagt, nee, war kein Abseits, die haben die Linie, die haben den Blick. Konntest du auch ohne Linie erkennen. Boateng wiegt es einfach in die andere Richtung. Lukabakio ist dann einfach zu schnell. Ich glaub für Süle oben, dann war das 3-2 da. Dann kam Hennings für Bozeg und Hennings wird dann gleich noch ein bisschen entscheiden, denn der hebt in der 93. Minute einen schönen langen, hohen Ball auf Lukabakio. Der lässt Süle aussehen, weiß ich nicht, wie ein Amateur mehr oder weniger. Der ist einfach Tempo da, die Dribbelstärke. Süle ist auch ein paar Meter zu Beginn weit weg, dass er überhaupt noch so krass nah an ihn drankommt. Finde ich bemerkenswert. Süle ist für mich einer der Verteidiger der nächsten Jahre auf Weltklasseniveau. Lukabakio tunnelt dann noch den Neuer und läuft. Ich fand bei dem Tor halt bemerkenswert. Hennings nimmt den Ball an und in dem Moment hat er genau das gedacht, was ich mir, glaube ich, dachte oder was ich mir manchmal bei FIFA denke. Du hast den Lukabakio vorne, der ist einfach schnell und der Hennings ballert den Ball einfach blind nach vorne, weil der weiß, Lukabakio ist da irgendwo und der kriegt den Ball schon und dann kommt der Ball auch noch perfekt an und Lukabakio hat dann jetzt die Kaltschnäuzigkeit und macht dann die Dinger. Anfangs der Saison war es ja auch so, dass man dann 1 gegen 1 Situation mit dem Torwart hatte und dann haben die Fortuna-Spieler die Bälle halt nicht reingemacht und jetzt was Neuer und während ich es erzähle, fällt mir gerade ein, das war ja im Prinzip das Tor, was Lumpy gegen Bayern gemacht hat. War das nicht ziemlich ähnlich zu dem Tor, was jetzt Lukabakio gemacht hat, so mit dem Gegenspieler an sich dran, dann setzt er sich irgendwie durch, schießt und dann... Es war schon ähnlich, aber von der Qualität her war das, was der Lukabakio da gemacht hat, nochmal ein Level krasser. Ja, bei Lukabakio hat man gesehen, das war genauso gewollt, wie er es gemacht hat und bei Lumpy hat man sich manchmal gedacht so, oh, da ist der Ball, oh, ich schieße, oh, jetzt ist der drin. Jetzt fällt man natürlich mit einem geilen Gefühl aus München zurück nach Hause. Was man besser machen könnte, ist, wenn man gegen die Bayern einen Punkt holt, sollte man als Vertunen und auf zufrieden sein. Kannst du nicht sagen, Gegentore, Schmeketore, wäre so ein Ding für den Micha, aber eigentlich, meiner Meinung nach, ist ein Unschieden voll in Ordnung. Ja, aber das war halt, wenn man sich die Gegentore... Man hat gegen die Bayern gespielt, die großen Bayern. Bayern! Und wenn man dann sieht, Bayern! Wenn man dann sieht, was für Gegentore, das waren so, okay, das zweite Tor von Müller, wo Lewandowski den Ball schön hält gegen Bormut, wo Bormut nichts machen kann, also da war ich dem auch kein Vorfeld, legt den Ball dann auf und Müller schießt den dann ins lange Eck. Das war so ein schönes, herausgespieltes Tor von Bayern, aber das 1-0 war nach einer Ecke, wo der Ball nicht richtig geklärt wird und dann wird der einfach reingehauen von Süle und ja, dann das erste Tor von Müller, wo der den Ball einfach lang... Der trifft den nicht und der Rennsing geht halt hoch und ja. Wo der den Ball vom Boateng kriegt, der Ball ist Ewigkeiten in der Luft, dann trifft er den Ball irgendwie nicht, Rennsing denkt, Müller will lupfen, springt hoch und dann kullert der Ball unten vorbei. Aber das waren so, das waren so keine herausgespielten Tore, sondern einfach nur so, wieder so unnötige Gegentore, sage ich mal. Ich fand halt gut, dass Fortuna sich halt nicht komplett an die Wand halt spielen lassen, sondern dass Fortuna richtig mitgehalten hat und das war auf jeden Fall meiner Meinung nach verdient, auch wenn Bayern mehr Chancen hatte, aber die Chancen halt nicht genutzt hat, aber von der kämpferischen Leistung her auf jeden Fall verdient. Das ist der Fortuna-Effekt. Bayern hatten gegen uns als tiefstehende Mannschaft nicht viele Ideen und dann war das Ganze auch zu Ende. So, nächster Gegner ist der FSV? FFV? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Mainz 05. MSV. Nein, FS. Scheiß drauf. Mainz 05 ist der nächste Gegner von uns. Die sind aktuell auf Platz 10. Die haben, ja, wir nehmen das heute direkt nach dem Spiel auf, die haben gegen die Borussia aus Dortmund 2-1 knapp verloren nach einem sehr engen Spiel eigentlich. Jetzt ist die Frage, Mainz Gegner, wo man sagen kann, okay, die sind auf Augenniveau eigentlich, aber die sind natürlich, glaube ich, sechs oder sieben Punkte vor uns und das heißt dann eigentlich auch schon mal ein bisschen mehr Qualität. Michael, ganz kurz, wie spielen wir gegen Mainz und was ist das Ergebnis? Normalerweise dachte ich mir so, Mainz ist auch eine Mannschaft, die mit Fortuna gegen den Abstieg spielt, aber wenn man so die letzten Ergebnisse sieht, so knapp gegen Dortmund verloren, dann gegen Freiburg 3-1 gewonnen, dann gegen Bremen 2-1 gewonnen. Die spielen halt gut und machen dann auch die Tore. Ja, genau und wenn man halt spielt wie gegen Berlin und Bayern, dann müsste man da eigentlich auch mindestens einen Punkt holen, aber wir kennen ja unsere Fortuna, das heißt, wenn man dann gegen Berlin und Bayern gut spielt und dann gegen eine Mannschaft spielt, die dann wieder eher auf Augenhöhe ist, das heißt, ja, nach der Regel von Fortuna müsste das dann eigentlich wieder ein Schallspiel werden, aber mein Tipp ist ein 2-1 für Fortuna Düsseldorf. Da würde ich einfach mal sagen, ich gehe mit. Ich bin froh, wenn wir gegen Mainz jetzt nochmal drei Punkte holen könnten. Das würde uns auf jeden Fall weit nach vorne bringen. Eure Meinung dazu und zu den Themen allgemein und Feedback gerne bei YouTube in die Kommentare oder p-me in einem Projekt auf dem Podcast.gmail.com oder ihr schreibt es einfach bei uns in den Social Medias. Links findet ihr in der Beschreibung, Infobox, what so ever. Wollen wir das Ganze so ein bisschen ausgleiten lassen in der Folge. Wir haben so ein paar geile Wins der Woche. Für mich persönlich ist die Rückkehr von Tim Wiesner ins Training ist für mich auf jeden Fall eine geile Sache und Kai Ihan wurde 24 und trotz der Verletzung ein Happy Happy Birthday. Also viel lustiger finde ich eigentlich deinen zweiten Punkt als Fail der Woche und ich möchte, dass du die Geschichte kurz erzählst und dann beenden wir die Sendung. Ja, mein Fail der Woche geht an Sky. Also in der Halbzeitanalyse von Sky dann waren dann so zwei Typen, die halt von irgendeiner Sky-Serie sind und dann haben die, die haben dann eben kurz die Tore gesagt, dann haben die zwei Schauspieler gefragt, so ja und wie war's und den Rest der Halbzeitanalyse haben die halt Werbung für ihre scheiß Serie gemacht, wo ich mir denke, so ey, ich guck Fußball und ich find's ja schon nervig, wenn dann während des Fußballspiels dann noch irgendwie eingeblendet wird, dann so, oh, das ist ein spannendes Spiel, wollen sie auch Spannung? Schauen sie jetzt, weiß ich nicht, Game of Thrones oder schauen sie die Serie und die Leute zahlen doch normalerweise für Sky und dann kriegen die trotzdem Werbung. Ich find schlimm genug, dass es überhaupt Halbzeit-Werbung dafür gibt, obwohl man's ja bezahlt. Ja, ich find's ja okay, wenn die sagen würden, Leute, wie sieht's aus, wir haben hier den geilen Boxkampf im Pay-Per-View, habt ihr nicht Bock? Das wäre ja okay, wenn die das während des Spiels machen und sagen so, bam, wir haben jetzt die Hit-Serie aus den USA, checkt die mal, aber dann für eine Piss-Serie mit so einem Boot eine Serie zu machen. Ja, und dann halt irgendwie fünf Minuten in der Halbzeitanalyse darüber zu reden, anstatt über das Spiel zu reden. Ach, die Halbzeit-Analyse, fünf Minuten Werbung, sieben Minuten die Sky-Serie und die restlichen haben die mal die Tore gezeigt. Ich wünschte man, ich wünschte, Sky wäre nicht so, also wäre nicht so nervig teilweise. Das war das Wort zum Samstag. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Denkt an die fünf-Stelle-Advisation auf iTunes. Das würde uns helfen, wir lesen die dann auch die nächste Woche vor. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Ich bin der Mo, der Wampendribbler auf Twitter, der Micha ist Edschewinski8 auf Twitter und wir bedanken euch zum zehnten Mal dafür, dass ihr zugehört habt. Wünschen euch ein schönes Restwochenende oder eine Restzeit. Bis zum nächsten Mal und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und ein guter Kick in die Runde. Bis zum nächsten Mal.